Was die Künstler betrifft, also zum Beispiel die Debatte, dass ein weißer Musiker kein Jazz und kein Reggae spielen soll, weil das kulturelle Aneignung ist, da muss es eine Position zu geben. Meine Position ist so, eigentlich habe ich so etwas noch nie gehört, aber ich mache die Musik, die ich fühle. Und wenn ich Musik fühle und jemand anderes sagt, das ist kulturelle Aneignung, das interessiert mich in Scheißdreck. Was soll das?